Hallo Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Im heutigen Video möchte ich euch einfach dazu inspirieren und ermutigen, euch mal zu entspannen, euch etwas Gutes zu tun, eure Kreativität freien Lauf zu lassen, so wie ich. Wir haben heute Sonntag, ich habe heute Sonntag und ich habe mich dazu entschlossen, mal ein kleineres Malprojekt wieder anzugehen. Heute teste ich dieses Malnachzahnset von Liebeart und dabei habe ich mir folgendes Motiv ausgesucht. Ich werde euch erstmal nicht verraten, um welches Motiv es sich handelt. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr vermutet. Ich habe mich für 48 Farben entschieden. Ich konnte einfach den Detaillierungsgrad auswählen, habe das 40x50 cm große Format ausgewählt und einen passenden Rahmen. Dazu wurden passende drei Pinsel mitgeliefert und es gab noch eine Lupe für kleinere Felder, damit man die nochmal besser lesen kann. Nun möchte ich nicht mehr viel reden. Lasst euch einfach inspirieren und entspannt euch. bis、 Scheisse. Loserein bots B prototypes losers Cabof Dress Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das hat euch gefallen und es geht euch allen gut. Bleibt gesund und wir sehen uns bald wieder.